Also, das ist schon ein bisschen etwas anderes, kein Kokonobus und jetzt kommen die Kinder auf die Bühne. Los, Kinder, habt ihr denn ein paar Kinder irgendwo versteckt? Hebt die rüber in ein paar, ja, oh, oh, ganz kleine, so, ja, oh, oh, siehste, habt ihr denn ein paar andere, kommt her, kommt, kommt, wo sind sie? Jetzt mal auf den Enten, ja, ich dachte, es wäre ein furchtbarer Boden, zwei, oh, oh, zwei übrig gebliebenen, ja, komm, da kommen noch ein paar, so, rüberheben, äh, ja, komm, ich hoffe, dass die Elternteile jetzt die Fotoapparate, was war denn das, was hast du denn da geworfen? Achso, das ist Geld, ja, so, jetzt kommt noch eins, ist ein bisschen dürftig, nicht? Drei Kinder mit Tee, da kommt noch was, da kommt noch was, oh, nee, komm, hier, komm, rüber, hebt sie mal rüber, komm, da rauf, in die Mitte, da ist eine Box, hebt sie rüber, so, die Kinder müssen jetzt auf die Bühne und, na, nu, los, ich weiß, das ist ein bisschen schwierig. Ja, so ist gut, so ist gut, oh, es werden ja immer mehr, es ist ja Wahnsinn, ne? So, wunderbar, also, so, komm mal nach rechts, komm mal da hinten, so, komm her, so, so ist gut. So, Elternteile haben jetzt, denke ich mal, ein Fotoapparat oder was, weil sowas kommt nicht vor. Sag mal, du klein, hallo, wie heißt du denn? Elmi. Elmi? Elmi. Elmi, nicht, oder? Elmi. Elmi? Elmi, ja, gut, nein, Entschuldigung, Elmi. Wie alt bist du denn? Wie alt du bist? Nee, wie alt du bist? Sechs. Sechs. Was willst du mal werden? Sieben, natürlich so. Elmi. Na, pass mal auf. Also, eure Elternteile kennen diesen Tanz, der ist ein bisschen bescheuert, aber der ist Kult, ist wirklich Kult, ist Kult, ist Kult, ja? Irgendwann hat das Justin Bieber geschrieben. Ehrlich, ja? Wüsst ihr nicht? Nee, war? Das stimmt doch mal. Das ist der Elmi-Tanz, der geht nicht wie so. Hattest du nicht gedacht, ja? Justin Bieber, ey, prima. So, bitteschön, Herr Kapellmeister. entrar ¿チャンネル? Wie alt ist Kult, ä 20 scu? Ja.